Starship nächstes Startdatum steht fest und SpaceX veröffentlicht neue Flugdetails. China gibt Erstflug von Mondrakete bekannt und bereitet Einstieg in Starship-ähnliche Rakete vor. Ariane Grub gibt Updates zum Themis-Demonstrator und Ariane 6 startet nicht mehr 2024. SpaceX führt erstes De-Orbit-Testmanöver an der ISS durch. Blue Origin erhält Genehmigung für Deluge System kurz vor Hotfire-Kampagne. Und Australien steht unmittelbar vor dem Sprung in den exklusiven Club der Raumfahrt-Nation. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. SpaceX plant seinen nächsten Starship-Testflug Nummer 6 bereits für den 18. November, keine zwei Wochen mehr. Dass bereits eine Starterlaubnis durch die amerikanische Flugaufsichtsbehörde gibt, solltet ihr dieses Startdatum schon sehr, sehr ernst nehmen. Wieder ein Testflug, also am besten auch den Rest der Woche nicht zu voll planen. Denn Raketenstarts, die können sich ja auch immer wieder verschieben, zum Beispiel wegen Wetter. Wenn der Flug wie geplant am 18. November stattfindet, wäre es seit dem 5. Start am 13. Oktober das schnellste Wiederstarten der Starship-Super-Heavy-Rakete überhaupt. Zum Vergleich, aktuell ja immer noch Rekordhalter für die größte Nutzlast in den niedrigen Erdorbit, die Saturn-5-Mondrakete. Schnellster Widerstart war Apollo 11 nach Apollo 10 im Jahr 1969. Zwischen Apollo 10 am 18. Mai und Apollo 11 am 16. Juli, mit erster Mondlandung dann, lagen weniger als zwei Monate. SpaceX-Chef Elon Musk schrieb dazu diese Woche als Antwort auf einen älteren Post, dass das Starship der Nachfolger der Saturn-5 werden soll. Das Starship wäre jetzt schon mehr als doppelt so leistungsstark wie die Saturn-5-Mondrakete, in etwa einem Jahr mit 10.000 Tonnen Schub sogar dreimal so leistungsstark. Für ihn allerdings noch wichtiger die vollständige Wiederverwendbarkeit und die günstigen Treibstoffe. Dadurch sollen die Kosten pro Tonne in den Weltraum um etwa 10.000% niedriger werden als bei der Saturn-5. Die Fähigkeiten des Starships, so Musk, machen den Unterschied zwischen einer Zivilisation auf mehreren Planeten oder auf nur einem Planet. Der Bau einer neuen Welt auf dem Mars, der wäre nun endlich möglich. Vom Erbe der Saturn-5-Rakete zu sprechen ist auch deshalb meiner Meinung nach passend, da das SpaceX-Starship in der HLS-Version, also Human Landing System Version, für die NASA ja im Artemis-Programm Menschen zum Mond bringen soll. Bis dahin bleibt noch viel zu tun. Eine hohe Startrate wird mit Sicherheit aber dazu beitragen, die Rakete bis dahin zu einem sehr verlässlichen Träger, auch für Menschen zu machen. Typisch New Space wird viel getestet, viel geflogen und viel verbessert. Der Super Heavy Booster 13 für den nächsten Flug, der soll strukturell verstärkt starten. Und SpaceX hat angekündigt, man werde den 33 Raptor-Triebwerken noch mehr Redundanz verpassen. Der Super Heavy Booster 13, der soll erneut zur Startrampe zurückkehren, wie schon auf dem letzten Flug, wo ihn dann die Integrations- und Fangarme des Startums auffangen werden. Ziel ist die Wiederverwendung ähnlich zur Falcon 9, wobei Starship ja hier viele Systeme für Start und Landung in die Start- und Fanginfrastruktur verschoben hat, um die Nutzlast der Rakete nicht zu kannibalisieren. Klar, alles was ich für die Landung mitnehme, das geht auf Kosten meiner eigentlichen Nutzlast. Im Englischen heißt es übrigens treffender die Payload, also das, was den Flug letztlich bezahlt. Wie wir aus dem Diablo 4-League von Elon Musk wissen, war die Landung von Booster 12 ausgerechnet in den letzten Sekunden ja nicht weit von der Katastrophe entfernt. Ist alles letztlich gut gegangen, aber das war für die Flugsteuerung eine heftige Lektion. Den meisten von euch vermutlich, klar, sei hier aber nochmal gesagt, Orbitalraketen, die fliegen komplett autonom. Denn zu schnell muss eine Flugsteuerung auf sich ändernde Bedingungen reagieren, als dass da ein Mensch mit einem Joystick irgendwas gebacken bekäme. Apropos gebacken, aktuell kennen wir Wiedereintreten des Starships ja nur getoastet, das heißt mit signifikanten Schäden durch den Wiedereintritt. Der sechste Flug, der wird übrigens wieder suborbital fliegen, also einem suborbitalen Flugprofil folgen, wie bisher alle vollintegrierten Starship-Starts. SpaceX wird bei diesem Flug wieder neue Hitzeschutzmaterialien testen und tatsächlich bestimmte Hitzeschutzkacheln entfernen. Auf dem letzten Flug hatte sich nämlich gezeigt, dass an einigen Stellen der handelsübliche Edelstahl der Temperatur standhält. Weiter von großem Interesse aber der Bereich der Steuerklappen. Das für den sechsten Flug als Orbitalstufe eingesetzte Ship 31 ist noch ein Block 1-Chip. Das heißt, die Steuerklappen, die wurden noch nicht in den Windschatten verlegt. Das haben wir erst bei Block 2. Da die Steuerklappen auch während des Wiedereintritts arbeiten, sind sie direkt dem heißen Plasma ausgesetzt und müssen außerdem als Gelenk technisch sehr anspruchsvoll abgedichtet werden. Ja, zusätzlich plant SpaceX für diesen Flug das Starship bei der letzten Abstiegsphase in einem steileren Winkel zu fliegen, als es operativ notwendig wäre. So sollen dann die Steuerklappen nochmal stärker beansprucht werden. Für diesen Flug ist nun endlich wieder ein sogenannter De-Orbit-Burn geplant, also eine erneute Zündung eines einzelnen Meereshöhen-Raptor-Triebwerks. Warum Meereshöhen-Raptor oder Raptor auf Englisch, wenn es im Orbit passiert? Ja, passiert? Ja, nur die drei Meereshöhen-Raptoren, die haben eine Schubvektor-Steuerung, können also um zwei Achsen schwenken. Dank so einer Zündung kann die Flugbahn verkürzt werden. Das soll zukünftigen Starships dann ermöglichen, aus einem vollständigen Orbit wieder sicher in die Atmosphäre einzutreten. Dieser Test, der war ursprünglich bereits für den dritten Flug im März geplant. Wir erinnern uns, da hatte die Rollkontrolle der Oberstufe versagt und wegen der unerwarteten Rollbewegungen war das Manöver dann nicht mehr möglich. Wenn wir bei wichtigen Manövern sind, der Signature-Move, das Hauptmanöver des Starships, ist ja die halsbrecherische Landung mit Bellyflop voran durch die Atmosphäre wie so ein Skydiver und dann im letzten Moment ein Flip des Hinterns in die Fahrtrichtung mit feuernden Triebwerken dann für die Landung. Laut SpaceX war diese Landung auf Flug 5 bereits auf dem Ziel. Das zeigen auch die nachträglich veröffentlichten Bojen-Aufnahmen. Nach dem Verlegen der Startzeit in die Nachmittagsstunden jetzt für den sechsten Flug in Boca Chica erwartet man nun eine Landung im Indischen Ozeans bei Tageslicht. Da erwarten uns dann also wahrscheinlich sehr gute Aufnahmen auch. Und das bringt uns zur geplanten Startzeit. Der Start ist aktuell für 17 Uhr Eastern geplant. Das entspricht 23 Uhr nach unserer mitteleuropäischen Zeit. Kann also eine lange Nacht werden, dafür aber für die meisten von uns außerhalb von Arbeits- und Schulzeit. Ja und für so ein Event, da schlägt man sich doch auch gern die Nacht um die Ohren. Wir leben in spannenden Zeiten und gerade diese Testflüge, bei denen ja der Ausgang nicht so hundertprozentig klar ist, die sind unglaublich spannend. Die muss man eigentlich live sehen. Ich beneide alle Menschen, die damals live dabei waren, als Apollo 11 auf dem Mond gelandet ist. Aber wir bewegen uns gerade auf unseren Apollo-Moment zu. Wir können jetzt mitfiebern bei den nächsten Sprüngen da draußen. Auch das Starship soll ja zeitnah von der historischen Startanlage PET-39A im Kennedy Space Center starten. Also dem PET, von dem Neil Armstrong damals aufgebrochen ist. Wie jetzt bekannt wurde, wird SpaceX aber wohl nicht das legendäre VAB nutzen. Pläne dazu waren im letzten Jahr immer mal wieder an die Oberfläche gekommen. Wie die NASA auf eine Anfrage von NSF mitgeteilt hat, wurden die Verhandlungen über die kommerzielle Nutzung von High Bay 1 in den VAB, also Vehicle Assembly Building, aber eingestellt. Es wurde ursprünglich angenommen, dass SpaceX daran interessiert war, die High Bay 1 für Starship Kennedy Space Center Operationen zu verwenden. Stattdessen wird die SpaceX-Anlage an der Roberts Road im Kennedy Space Center erweitert werden und mehrere Megabase sogar bekommen als in der Starbase in Texas. Apropos Starbase, die Montagearbeiten am neuen zweiten Startpad B, die schreiten weiter voran. Offenbar stehen keine großen Hebearbeiten mehr an, denn der gigantische D-Mark CC 8801, der wurde diese Woche vollständig zerlegt und hat die Starbase bereits verlassen. Laut NASA Space Flight ist das erste Block 2 Starship kurz davor, seine Triebwerke zu erhalten. Ship 33 soll ja voraussichtlich dann auf Flug 7 eingesetzt werden. Klares Indiz, dafür werden nach den Cryo-Tests dann die ersten feurigen Tests sein. An dieser Stelle wieder ein riesen Dankeschön an NASA Space Flight für die exzellente Berichterstattung von vor Ort. Es gab vermutlich nie eine bessere Zeit, um sich für Raumfahrt zu begeistern. Alle Entwicklungen kann man im Internet live verfolgen. Zu jedem Detail findet man Hintergrundinformationen im Netz. Machen wir uns nichts vor, unsere Daten sind im Netz. Für gewöhnlich dein Name, deine Adresse, deine Vorlieben oder sogar dein Standortverlauf. Es gibt Datenbroker, die gezielt solche Informationen sammeln, um sie an Unternehmen und Marketingagenturen weiter zu verkaufen. Gutes Indiz dafür, die Flut an Spam-Anrufen, Nerven, SMS und unzählige Werbe-E-Mails. Kommt dir bekannt vor, dann ist Incogni vermutlich die Lösung für dich. Incogni ordnet in deinem Namen nicht nur die Löschung deiner personenbezogenen Daten an, sondern sorgt auch dafür, dass deine Daten nicht erneut in den Verkauf geraten. Das macht dann auch den Incogni-Jahresplan so sinnvoll. Mit meinem Code senkrechtstarter bekommst du auf den Incogni-Jahresplan 60% Rabatt. Unlästige Werbeanrufe oder SMS sind ja tatsächlich nur die Spitze des Eisbergs. Viel gefährlicher ist ein Identitätsdiebstahl, denn in den falschen Händen können sensible Informationen schwerwiegende Folgen haben. Datenbroker öffnen damit Kriminellen indirekt die Tür. Auf die Einschränkung der Nutzung deiner Daten hast du aber ein Recht. Durch das Netz von unzähligen Datenbrokern wird es jedoch nahezu unmöglich, all deine verstreuten Daten manuell nachzuverfolgen und deren Verarbeitung einzuschränken. Mit meinem Code senkrechtstarter prüft Incogni regelmäßig, ob neue Datensätze über dich auftauchen und fordert bei Bedarf erneut deren Löschung an. Und das Beste, der gesamte Prozess, der läuft vollautomatisch. Incogni kümmert sich um alles, wenn du dich beruhigt zurücklehnen kannst. Obwohl im Vergleich zur Konkurrenz Jahre voraus, zurücklehnen sollten sich die SpaceX-Teams besser nicht. Das befürchte zumindest die NASA. Das NASA Aerospace Safety Adversary Panel, das hatte bei einer öffentlichen Sitzung am 31. Oktober auf Animalinen bei einer Falcon 9 hingewiesen und betont, dass sichere Crew-Transport die sichere Crew Dragon Operations für NASA und SpaceX oberste Priorität behalten müssten. SpaceX betont, dass es keinen Hinweis auf systematische oder sich überschneidende Ursachen bei den jüngsten Falcon-Zwischenfällen gäbe. Ähnlich äußert sich auch der NASA-Manager für ISS-Operation Bill Spetsch. Für die NASA hat SpaceX diese Woche seine 31. Frachtmission zur ISS gestartet. Mittlerweile ist der Cargo Dragon an der ISS angedockt. Dafür hatte der Crew Dragon der Crew 9 Besatzung zuvor die vordere Docking-Position am Harmony-Modul freigemacht, um so Platz für den Cargo Dragon zu schaffen. Bei diesem Umparken sind übrigens immer alle Crewmitglieder an Bord. Der Grund, falls etwas mit dem Docking schief geht, dann kann man heimfliegen und muss niemanden auf der Station zurücklassen. 31. Frachtversorgung für SpaceX klingt nach Routine, aber tatsächlich gibt es ein paar technische Neuerungen. Die Trennung der Dragon-Kapsel von der Falcon 9-Oberstufe, die erfolgte diesmal zum Beispiel 145 Sekunden früher. Die Wartezeit, die war vorher unter anderem deswegen eingehalten worden, um schwappendem Treibstoff eine Phase der Beruhigung zu gönnen. Da nun ausreichend Daten gezeigt hatten, dass diese Wartezeit nicht mehr notwendig ist, da wurde sie nun gestrichen. Viel spannender, wie ich finde, ist aber das Zünden der Dragon-Triebwerke gedockt an der ISS. Die SpaceX Dragon-Kapsel, die hat am Freitagabend erstmals ein ISS-Reboost-Testmanöver durchgeführt. Am 8. November hat die Dragon-Kapsel einige ihrer Draco-Triebwerke für 12,5 Minuten gezündet, um die Umlaufbahn der ISS leicht zu verändern. Dass das Ganze nur ein Test war, das können wir auch am Resultat erkennen. Durch das zwölfminütige Manöver, da wurde die ISS gerade einmal um 0,3 Meter pro Sekunde beschleunigt. Zum Vergleich, eine russische Progresskapsel, die würde bei gleicher Brenndauer die ISS um 1,8 Meter pro Sekunde beschleunigen. Das liegt vor allem daran, dass die Draco-Triebwerke nicht sonderlich leistungsstark sind. Die bei dieser Testzündung gewonnenen Daten, die sollen SpaceX bei der Entwicklung des USD-Orbit-Vehicles, kurz USDV, unterstützen. Dafür hatte SpaceX dieses Jahr von der NASA einen Vertrag über 843 Millionen US-Dollar bekommen. Mit diesem modifizierten Dragon will man die ISS am Ende ihrer Lebenszeit kontrolliert aus dem Orbit nehmen. So können dann die erwarteten großen Bruchstücke in einem unbewohnten Gebiet ins Meer stürzen. Ursprünglich sollten dafür mehrere russische Progress genutzt werden, worauf sich die NASA aber aus politischen Gründen nicht mehr verlassen möchte. Aber es gab natürlich nicht nur den Cargo-Dragon-Start. Die Starts der vergangenen Woche im Schnelldurchgang. Montag, 4. November, japanische H3-22s von Tanegashima aus. An Bord befand sich mit Kirameki 3 ein Aufklärungssatellit für die japanischen Selbstverteidigungskräfte. Am Dienstag, 5. November, vom Kosmodrom Vostoczny in Russland eine Soyuz 2.1b mit Fregat-Oberstufe. An Bord befanden sich Innosophera M1 und 2, das sind Satelliten zur Erforschung der Ionosphäre. Nach dem Cargo-Dragon-Start dann am Donnerstag, 7. November, Starlings von Cape Canaveral. Am Samstagmorgen, 9. November, ist von Jingquan eine lange Marsch 2C gestartet an Bord mit Piesat 2, vier Satelliten zur Erdbeobachtung. Ja, und der Wochenabschluss dann, Samstag, 9. November, Starlings von Vandenberg. Das australische Raumfahrt-Startup Gilmore Space hat eine Startlizenz für seine erste Orbitalmission erhalten. Die könnte noch dieses Jahr starten. Am 5. November gab das Unternehmen bekannt, es habe die Genehmigung der australischen Space Agency für den Erstflug seiner kleinen Trägerrakete ERIS vom Bauen Orbital Spaceport erhalten. Gimel Space, das setzt jetzt die Vorbereitung für den Start fort. Die nasse Generalprobe hat die Rakete bereits im September absolviert. Die dreistufige ERIS-Hybridrakete, die kann etwas über 200 Kilogramm in eine sonnensynchrone Umlaufbahn bringen. News zu einem deutlich größeren Kaliber aus China. China bereitet den ersten Flug der neuen Trägerrakete Langer Marsch 10A für 2026 vor. Die Rakete, die soll für Crewmissionen zur chinesischen Raumstation Tiangong eingesetzt werden und die in die Jahre gekommene Hypergole Langer Marsch 2F ersetzen. Die Langer Marsch 10A, die bildet die Basis für eine größere Version, die aus drei R-Stufen bestehen soll. Die Langer Marsch 10, die soll dann das Arbeitspferd für das astronautische Mondprogramm von China werden. Diese Rakete, die soll dann 92 Meter hoch werden und bis zu 27 Tonnen in den Mondorbit bringen können. China plant bis spätestens 2030 mit einer kombinierten Mission aus zwei dieser Raketen, die chinesische Mondlandung mit Crew zu verwirklichen. Parallel dazu arbeitet man in China übrigens aber auch schon an der nächsten Generation von Trägerraketen. Die Langer Marsch 9, die soll eine super Schwerlastrakete mit großer Ähnlichkeiten zum SpaceX Starship werden. Wenn wir schon bei News aus China sind, diese Woche ist nach der Crew-Rotation die chinesische Langzeitbesatzung von Shenzhou 18 heil auf der Erde angekommen. Die Besatzung aus Ye Guangfu, Likong und Li Guangzhou, die verbrachte insgesamt 192 Tage mal und stellte somit sogar einen Rekord für chinesische Crewmissionen auf. Die Besatzung, die startete ursprünglich im April diesen Jahres und führte während ihrer Missionszeit diverse wissenschaftliche Experimente auf der chinesischen Raumstation Tiangong durch, darunter auch zwei Weltraumausstiege im Mai und im Juli. Erst Ende Oktober wurde die Crew durch die neue Langzeitbesatzung von Shenzhou 19 dann abgelöst. Wie Andrew Parsonson von European Space Flight berichtet, hat die ESA neue Infos zum wiederverwendbaren Themis-Demonstrator veröffentlicht. Am 6. November teilte die ESA mit, der erste Hop-Test, der sei nun für 2025 in Schweden geplant. Die Tests der Hauptsysteme des von der Ariane Group gebauten Demonstrators, die sind abgeschlossen und das Gesamtsystem, das wird jetzt montiert. Der erste Test mit einem einzelnen Prometheus-Triebwerk, der soll am S-Range Space Center in Schweden durchgeführt werden. Flugtests mit drei Triebwerken und in größere Höhen sollen dann in etwa einem Jahr im Raumfahrtzentrum in Französisch-Guyana stattfinden. Französisch-Guyana ist ja aktuell noch der einzige europäische Startplatz für Orbital-Missionen. Von dort starten auch Ariane und Vega. Der zweite Start, der Ariane 6 und damit ihr erster kommerzieller Start, der wird nun nicht mehr in diesem Jahr stattfinden. Vom Dezember wurde der Start auf frühestens Mitte Februar 2025 verschoben. Der Startanbieter Ariane Space erwartet, dass die Verschiebung keine weiteren Missionen im Jahr 2025 verzögern wird. Eigentlich sind sechs Starts der Ariane 6 im nächsten Jahr geplant. Der mit Abstand größte kommerzielle Startauftrag in der Ariane-Geschichte kam für die Ariane 6 von Amazon, genauer für die Internetkonstellation Köper. Jedoch ebenso für ULA und Blue Origin, also mit der neuen Rakete New Glenn. Für das Wasserabweisesystem, sogenannte Deluge System, der Startanlage in Cape Canaveral für die New Glenn, hat Blue Origin nun eine Betriebserlaubnis erhalten. Das ist unter anderem wichtig für den für die kommenden Wochen erwarteten Hoff-Fire-Test der ersten Stufe der New Glenn. Die Parker Solar Probe der NASA vollendete diese Woche ihren letzten Swing-Buy um die Venus. Mit dem Extraschwung kann sie nun auf eine Bahn gelangen, die sie bis auf 6,1 Millionen Kilometer an die Sonne heranführen wird. So nah wie noch nie zuvor. Parker Solar Probe war nun Vorbeiflug um die Venus. Indien will übrigens auch robotisch zur Venus, davor allerdings zusammen mit Japan zum Mond. Die Yaksa hat nun ein maßstabgetreues Modell des Lupex-Rovers vorgestellt. Der japanische Rover, der wird bis zur Mondlandung außen auf dem indischen Chandrayaan-Fünflander montiert werden. Der Rover, der soll nach wasserreichen Gebieten in der Nähe des Mond-Südpols suchen. Apropos Wassersuchen, so eine Selbstständigkeit ist ja auch mit einer langen Durststrecke verbunden. Bevor wir uns die Starts der kommenden Woche ansehen. Daher an dieser Stelle wieder ein riesen Dankeschön an alle Senkrechtstarter-Schurzengel. Also alle Menschen, die Senkrechtstarter auch regelmäßig monetär unterstützen und damit den Kanalbetrieb sicherstellen. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, genau unter dem Video gibt es einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Vielen, vielen Dank. Als kleines Dankeschön gibt es alle meine Videos vorab und ohne Werbung für dich. Die Starts der kommenden Woche am Montag, 11. November. Da möchte Caspace seine Kinetica einstarten. Nutzt, das ist mir nicht bekannt. Ebenso am Montag SpaceX Falcon 9 mit CoreaSat 6A vom Kennedy Space Center. Mittwoch, 13. November, auch Falcon 9 mit Starlings von Veneburg. Auch am Mittwoch langer Marsch 4C von Taichuan. Nutzt, das ist mir nicht bekannt. Und den Wochenabschluss dann voraussichtlich am 14. November, Starlings von Veneburg. Hier noch einmal der Hinweis, mit meinem Code senkrechtstarter bekommst du 60% Rabatt auf den Inkogni-Jahresplan. Ja, ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis nächste Woche. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.